Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie heute recht herzlich aus dem Heckwater von Phoenix Contact Österreich willkommen heißen, um Ihnen absolute Breaking News näher zu bringen. Denn im Rahmen der Europameisterschaft wurde die Mannschaft von Phoenix Contact von seinem langjährigen Widersacher, dem Anlagenausfall, zu einem Match herausgefordert und neben dieser Ankündigung, darf ich Ihnen jetzt auch gleich noch die Startaufstellung von Phoenix Contact näher vorstellen und wir gehen auch direkt rein. Weiter geht es im defensiven Mittelfeld. Dort finden wir mit der Nummer 6, dem PT-Fix-Verteilerblock. Seine Stärke sind schnelle Pässe dank Push-in-Anschluss. Denn die Lösung bei der Potenzial- und Ballverteilung sind Geschwindigkeit und Flexibilität. Er passt sich jeder Situation an und agiert auf engstem Spielraum. Das defensive Mittelfeld wird von der XT-Reihenklemme vervollständigt. Dem neuen, aufstrebenen Mittelfeldspieler, der die Schwäche von gegnerischen Klemmen, den Schraubanschluss, erbarmungslos ausnützt. Denn mit nur einem Klick hat die XT-Klemme sofort Ballkontakt. Das Herz des Mittelfeldes. Unsere Nummer 10, die Trio 3 Stromversorgung. Sie ist elektrisch und mechanisch extrem robust und hart im Nehmen. Sie versorgt zuverlässig das gesamte Spielfeld präziser mit Pässen. Und auch wenn es um Ausdauer und Leistungsreserven geht, macht ihr niemand etwas vor. Die Trio der dritten Generation hält das Spiel am Laufen, wie es bereits seinem Vater und Großvater vor ihm getan haben. Was meinen Sie? Denken Sie, dass diese Elf geschlagen werden kann? Meiner Meinung nach wird es der Gegner da Verstand schwer haben. Aber diese Frage wird sich von alleine beantworten in ein paar Wochen. Und in diesen kommenden Wochen werden wir unsere Mannschaft natürlich weiterhin begleiten und Ihnen neue Beiträge näher bringen. Ich verabschiede mich für heute und melde mich wieder, wenn es neue Informationen gibt. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.